Erste Frage. Nenne mir eine Serie. Wenn du die Simpsons genommen hast, hast du schon verloren. Sage nicht das gleiche wie ich, sonst bist du raus. Keiner schafft es gegen mich zu gewinnen. Frage Nummer 2. Nenne einen Monat. Finde deinen Zwilling, in dem du deinen Geburtsmonat kommentierst. Falls du März gewählt hast, war's das mit dir? Frage Nummer 3. Nenne einen Planet. Wenn du Neptun genommen hast, hast du verloren. Like das Video, falls du bisher alles richtig hattest. Frage Nummer 4. Halte den Kommentarbutton gedrückt und wähle eins der vier Emojis. Wenn du mir folgst, wird mein Profilbild rot. Falls du dieses Emoji gewählt hast, bist du raus. Was? Du bist immer noch dabei? Die nächste Frage schaffst du niemals. Frage Nummer 5. Wer ist die erste Person, wenn du auf Teilen drückst? Wenn es dein Bruder ist, hast du verloren. Frage Nummer 6. Nenne mir eine Jahreszeit. Falls du bisher alles richtig hattest, folge mir. Sonst glaube ich dir nicht. Wenn du Herbst genommen hast, hast du verloren.